Aber ach, schon fühle ich beim besten Willen Befriedigung nicht mehr aus dem Busen quillen. Aber warum musste Strom so bald versiegen und wir wieder im Durste liegen? Davon habe ich so viel Erfahrung. Doch dieser Mangel lässt sich ersetzen. Wir lernen das Überirdische schätzen. Wir sehnen uns nach Offenbarung, die nirgends würdiger und schöner brennt als in dem Neuen Testament. Mich drängt, den Grundtext aufzuschlagen, mit redlichem Gefühl einmal das heilige Original in mein geliebtes Deutsch zu übertragen. Er schlägt ein Volumen auf und schickt sich an. Geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin, geschrieben steht, Im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen. Im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist. Auf einmal seh ich Rat und schreibe getrost. Im Anfang war die Tat. Die funçãoste. Die